ja was ist denn da passiert hallo und herzlich willkommen an diesem freitag zurück in der finsternis des waldes um die zoll feste herum wir werden jetzt trotz allem hier weitermachen also beim dlc wir können das natürlich jetzt mega stückeln aber die ganze situation gebietet ist eigentlich dass wir dorthin zurückkehren denn dort ist ein zauber schief gelaufen und filiason und die elfen sind in gefahr da können wir nicht einfach sagen auch nö jetzt machen wir mal die nebenquest und holen das buch für den magier von unterhosenhausen oder so das geht nicht würde so rein plot erzählungstechnisch überhaupt keinen sinn ergeben so wir sind jetzt hier alte anlegestelle und switchen zur talia talaria der interessiert uns nicht wir müssen unbedingt zurück für euch tun was kann ich vielleicht tun macht die talia bereit talaria bereits zum marsch wir müssen nach nadoret zurück und zu den piraten den erzählen was passiert ist was ist denn der hammerberg i don't know warum so wir müssen ähm zu juno juno möchte mit uns sprechen so ich muss wieder leute anheulen also du kommst mit es könnte äußerst brenzlig werden mit den piraten behalte im auge dass der zweck nie die mittel heiligt kann ich dir sonst noch helfen so du bist so in einer quest begleite mich was ist begleite mich doch feier dass du kannst so ein bisschen chillen was gibt es denn begleite mich doch das filiason rettungskommando ist bereit nur entsteht kann man offensichtlich also den die brücke da also heißen das die rampe die vom schiff auf land führt jetzt sichern fancy seemanns namen wo ich weiß sie nicht hafen zum sanften ochsen und dann einmal runter leute es sind dinge passiert ich wollte fragen was das für ein großer pilz ist aber es ist gar kein pilz es ist ein baum stumpf den man hier gefädelt hat an dieser stelle kann ich mit soviel ist den schluck ich weiß nicht wie ich bei soviel darauf kommen könnte dass du gerne trinkst was gibt es denn ich gehe da mal wir haben keine zeit für sowas du bist zurück und du hast ihn gefunden doch darauf wieder verloren in jeder anderen welt es ist nicht so ja doch so ist es die stimme aus dem dunkel verrieten es mir nur dieses mal waren sie lauter ein dringlicher fall so als als ob sie so ob sie was teilt euren gedanken ich bin mir sicher dass er noch mehr gedanken es schien als wolle die stimme besitzt von mir ergreifen mit meine zuge sprechen doch mein tap an war stark und ich könnte mich fähren das ist ein tapern ich sag es nur ungern aber ich glaube du musst dein tap haben für einen moment ruhen lassen wenn wir erfahren wollen wer der wo der captain jetzt ist und wie wir ihn retten können meine schutzkeitsbefehl die fremde geister gewähren zu lassen weißt du was du da verlangst also gut also wenn es der einzige weg ist den kapitän zu retten das sagt jetzt berliner ich weiß nicht berliner als expertin gilt naja hoffen wir erst dass es gut geht ich glaube dass wir was ist für euch hallo des hochkönigs streiter war zu ihm selbst zu empfangen den schutz der weltmutter und zu schützen die gleißende vor altem bösen das hochkönigs streiter war zu ihm selbst was ist das für ein deutsch naja die maske wart gefallen sein und den frevel offenbaren am geschenk der erdenmutter eines wart gekommen sein zum anderen dunkelheit enthüllt ihre macht zu greifen nach dem licht den falschen traum zu schützen ist cool dass man ihre stimme hat und er aber noch nahe des großen elfenbaums der lüfte erstreckt sich ein ort aus grauer vorzeit ruinen wo einst im innern nach dunklen dingen gestrebt wurde sie beherbergen die nächste schwelle zu tischjana ich meine sie hat uns ja schon mal in die irre geführt aber wieso sollten wir dann folgen naja wir folgen ihr ja mit vorbehalt haben das alles im hinterkopf und wissen also ihr sollten aufpassen ich hoffe mal dass ich da nie wieder tun muss diese stimme der geister ist durchtrunken von chaos und wahnsinn schwer zu verstehen was ihr absichten sind der kapitän wird sich doch nicht wirklich in fenwarien verwandeln oder was sagst du da so wo ich zu diesem baumdorf aufbreche ich verstehe was ihr meint ob wirklich filiason gemeint ist hm ich habe von dem was da geredet wurde nicht so viel verstanden aber offensichtlich benina und das reicht ja und auch inu und ja hm aber wenn filiason quatsch wenn wenn farien oder wie auch heißt der hochelfenkönig wenn der filiason geschickt hat dann sind es doch zu dem zeitpunkt noch zwei verschiedene personen gewesen also ich hoffe mal das enträtselt sich noch ähm das heißt wir haben jetzt eine neue location wahrscheinlich oder ja was sagt denn das journal dazu vielleicht ist das etwas ähm was besser verständlich 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 verdammt filiason ist jenseits des sphärenrisses zurückgeblieben doch ist dieser riss seither verschwunden damn ich muss einen anderen weg zu jenem wundersamen ort finden meine einzige hoffnung ist der mohische bootsmann filiason dessen visionen und träume genau wir haben uns beratschlagt einen weiteren sphärenriss nahe der elfensiedlung ok kann ich noch mit dir reden was gibt es neues äh ich muss euch noch etwas fragen was willst du wissen was willst du wissen hab da ok war wohl doch noch nicht so nicht so wichtig ähm höchst dramatisch gehen zu sanften obsten zurück damit wir schneller sind ok das elfendorf wir stürmten hier so da zum sanften ochsen zum hafen ah das erste 3d spiel an dass ich mich erinnere dass wir ups gespielt das ich gespielt habe damals war king's quest 8 das war grauenhaft beim kings quest 7 haben wir irgendwie 3 4 mal durchgespielt ich komme immer gerne nach nadal hier scheint niemand kann mir helfen wo soll es hier macht die tollen olaria bereits zur abfahrt wir möchten gerne in den elfenwald so jetzt ist die frage wo müssen wir hin ne gespensterruine müssen wir da hin das ist wie ein anderes wieso gespensterruine ja sorry wir wollten euch nicht stören oh äh ich hab auch was ganz vergessen haha ich sollte vielleicht meine leute noch mitnehmen war sonst ein bisschen ungünstig was ist äh komm doch mit ja bitte ja ihr habt euch sicher schon gewundert warum warum ich hier alleine los bin was gibt es denn ich musste nur mal schnell irgendwo hin eine Stamme Wasser an die Ecke stellen und so wir müssen uns zu den bosporianischen Ruinen was hat das denn mit ach da ist der Schatz da ist die Sache mit dem Schatz gut da unten wollen wir nicht nochmal rein doch aber wo ist es denn da unten irgendwo erstmal müssen wir uns um diese Käfer kümmern kulminatio so aber wenn wir da nicht runter können ich würde sagen für jedes Portal ein Fass helles weil alles andere so Ardo du kannst bitte auch loslaufen wir können doch nicht vor äh Kuano hier mit der schlechtesten Rüstungsklasse ever alleine gegen die Käfer loslassen das geht nicht ja ihr wackelt komm so der große Hirschschröter der wird jetzt erstmal auseinandergenommen wo ist man denn was macht denn der Hirschröter mit Vorgrim? der stößt ihn irgendwie nach hinten oder das spiel ist verpackt was wie wärs mal mit sternen staub während berliner dich heilt weil die idee oder auto hält einfach mehr aus das war's ok nehmen wir mal so an jetzt gehen wir mindestens noch durchs portal und gucken was da so abgeht will ich da unten bei der treppe oder es würde auch passen es wird beschützt von dem stein golem das ist auch ein würdiger kampf zum abschluss der woche vielleicht kriegen wir auch wieder einen cliffhanger rein leute ungern trete ich dem golem als erste entgegen nehmen wir ihn mal wer schickt dich auf geht's ok was kann er denn wie alt mag dieser gigant wohl sein ja ich bin mir ziemlich sicher man kann ihn nicht kritisch treffen aber wir versuchen bei meiner treu na angriff konsole wo bist du Nee. Hier. Koano gibt es jetzt der Stich. Gelungen. Keine Parade möglich. Kopf plus Wunde. Gelem. Golem ist gegen Verwunden im Mund. Okay, habe ich mir gedacht. Okay, okay. Dann bot er mir mal Dinge hinein. Ich glaube, Donnerquell ist schon ganz effektiv. Und Forgrim einfach geboxt. Und da muss ich, denke ich mal, Meisterparade, Nebelfragungsschlag ist bei der Rede. Ich fürchte, wir müssen dann halt einfach auch ein bisschen Zauber Punkte übrig lassen. Für Heilung. Mal gucken, ob der zuerst down geht, oder ob wir nochmal zaubern können. Wir können nochmal. Nein, 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 nein. Das hat nichts mit Glück zu tun. Es war einfach nur ausdauernd. Und gute Rüstung und gute Kämpfe. Die bärtigen, schwitzenden Männer haben es wieder gerissen. Da hatten wir es also gefunden. Das zweite Tor in diese sonderbare Fremde. Wenn die Befürchtung des moischen Bootsmannes stimmte, orakelten die Worte der Orima-Priesterin, dass Phileasun nicht mehr er selbst sein würde. Was auch immer mit ihm geschehen sein sollte, wir würden ihn nicht im Stich lassen. viermal, zuerst um zuerst! Vielen Dank.